hallo meine lieben freunde und willkommen bei einer neuen folge fifa 16 so jetzt machen wir erst mal diese fünf packs auf die ich die geschenk set bronze schenkt jetzt über die zwei habe ich in der web app geholt und die zwei halt als vorbesteller also das bronze kack auf ist eh nix gescheites drin das normale zweck wird das kann man immer brauchen dann das silber pack wird auch nichts gescheites drin sein oder russland argentin weg so den rest nur dass man verein das letzte silber pack und kurs kommen nicht dann kommt jetzt mal was gescheites hoffentlich bei dem einen gold set was wir jetzt noch haben und auf transferliste der noch mal weg brauchen wir nicht so den rolligen was man mit aber nicht spanische liga lkz wäre cool wenn er drin ist wie auf dem bild da aber es ist aslan türkische liga braucht keine sache weil das behalten erstmal das weg das auf die transferlist das brauchen wir nicht und der rest in dem fall so ich weiß jetzt gar nicht wie wir das letzte mal gespielt haben zwölf punkte ok aufgestiegen sind wir schon gibt es denn ein online tutteln ja ich sag der spielanzer von fc asnel so was ist das ok das ist doch schon mal was cooles wo beim backup genau aber dass ich glaube ich mache nicht gut dann machen wir doch die liga erstmal weiter wir waren das letzte spiel 3 0 haben wir verloren ja stimmt alles klar ok so ich glaube ich habe mal mit dem deutschland team gespielt genau kastro hat rot ok hol mal die serie a wieder rein müsste da wieder fit sein ok kastro ist auf kastro ist weg dann suchen wir gegner und hoffentlich finden wir ein so einen gefunden oder passt auch so was hat er wo er mal hier jetzt in vorm obermeyang ok der ist sehr teuer schicharito und douglas kostet da scharnalulu ach wer ist jetzt da der dortmunder die spiel und sind mehrere Spiele so ich musste hier kurzen Cut machen weil wir das Bild gespunden hat jetzt muss das wieder passen so und dann geht's los Strootmann Friedic so hat mal Asamoah oh schön Palazzo auf den Außen oh der kommt gut kommt der Torwart noch ran oh er steht da noch im Weg oh schön durchgesetzt von Asamoah oh spielen wir mal nach hinten oh kommt der Gegenspieler noch ran kann noch abfälschen oh 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 mit der Prozent kann er schon auch wieder schlechter Pass von mir wo gut Romo Mama Seitenverlagerung verdammt jetzt macht er Pause wechselt er schon aus oder was macht er los Junge los das erste Schuss der jetzt schon drin sein müssen aber leider war das nicht so ich glaube wenn der Gegenspieler nicht dran gekommen wäre hätte der Torwart den auch gehabt so Junge was machst du jetzt dann geh raus da habe ich das Spiel gewonnen dann passt das so 15 Sekunden komm 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 wenn er jetzt noch mal Pause macht dann da war ich nicht mehr und achso ich habe ja den Ball oh schön durchgesetzt von Calichon so Alexander und der neue Mann im Team willst du mich verarschen was ist denn das für ein Vogel alter ich glaube aber jetzt darf er das nicht mehr machen Mann Mann so letzten 15 Sekunden wo hat er hat er den Ball okay jetzt bin ich gespannt oh Mann so eine gute Möglichkeit und er macht er Pause er ist nicht da ja genau also dann flanken wir doch mal rein also wenn ein Spieler nicht da ist dann ist das echt schwierig als wenn ich gegen einen Spiele das dauert so lange bis er den Schoß macht Mensch Calachon oh jetzt kommt er in Formale gibt's jetzt die Gelegenheit ja genau 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 ach komm einmal vor das Tor und der macht das Ding rein genau Alter ach so lächerlich ich krieg keinen Spieler ausgewählter Narfer um den zu stören das ist doch so lächerlich so Seitenverleihung vor dem Lauf ach Gott nein wo spielst du hin du Idiot ja das ist doch kein Faulu scheiß Schiri willst du mich verarschen alter also die Schiri in FIFA 16 die sind so schlecht so so oh Ecke oder ja hätte ich flach einspielen müssen und scha aber so viel Platz offen zu machen Müssen wir jetzt mal hier unterbinden, hier den Angriff Ey Mein Spieler verschätzt sich Ach komm, ey, es ist doch schon wieder so lächerlich, ey Mein Gott Zwei Schüsse aufs Tor, zwei Tore und ich brauche hundert Schüsse und triff nicht mal eins Mann, oh Mann, oh Mann Hier keine Bewegung bei mir, es ist doch zum Kotzen, ey Komm, mach, mein Gott der Scheire Scheire Das schon wieder, aber gut, dies war gegen für mich So jetzt haben wir vielleicht mal platziert, jawohl, da kommt er durch Und dann... Oh, kann er sich nicht durchsetzen, Mann. Das gibt's doch gar nicht. Mann. Kann er den Pass nicht besser machen, dann ist er durch. Boah, ich dachte schon, der geht auch rein. Wir müssen uns hier mal mehr Anstrengungs. Oh, Bewegung. Ja, da läuft der... Jorge Calajón. Äh, das ist... Ja, das ist kein Fall, genau. Ach, komm, Alter. Macht schon wieder keinen Spaß, ey. Pff. Na, komm, drück weiter. Boah, da kann ich mich auch aufregen. Na, das wird eh nix, komm. Ja, genau. Super Flanke. Das wird nicht gefährlich. Oh. Jetzt Ferreira. So, jetzt kommt man konterordentlicher. Hier, komm, 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 da unten. Das gibt's doch gar nicht. So, da ist unser Torhüter. Komm, nach oben. Bisschen weiter abschlagen. Ach. Ach. Das ist bestimmt voll, ja, genau. Und rot bestimmt. Obwohl ich auch ein Beispiel, also... das ist so lächerlich, echt. ... Timing passt nicht. Kein Druck hinter diesem Kopfband. Ja, so kann er... ... ich glaube nicht richtig platzieren. Wah, nur weiter. Oh, äh, wieder genau. Ich war reichnd. also die rote karte zwar niemals eine rote karte und schon ist der ball weg da kommen wir noch die alle die man auch dann kommt er wieder ran als muss das tor kommen kommen wir jetzt ecken gibt es ja nächste chance noch eine ecke Palaz Nein, dann steht er auf der Linie Willst du mich verarschen Nein Kruzifix Ach, seht ihr, das meine ich Der kommt mit zweimal vor das Tor Und bringt die Kugel rein Das ist doch echt Oh, komm her Ja, genau Das ist doch ein Foul Genau Ist klar Boah, gut wir reden Jetzt komm Er spielt den Pass zurück Och Mann, was ist das denn Ja, ist klar Ja, ist vollbestimmt Ja, natürlich Jetzt macht euch kein Spaß Wenn der jeden Scheiß Pfeift Aber wir sind es auf der Linie So wie der Foul Boah Man ey, wir hätten schon längst Unentschieden haben können Aber nein Ja, genau Wie schafften die Sonne Toinen Ecken zu schlagen Bei mir nie Da, wieder Da steht er gar gar nicht Alter, wo kaufst du hin Du vollen Lipp Alter Ich spiele auch immer gegen den Gegner So, jetzt muss aber mal was laufen Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie Jetzt Chicharito Den Ball kann er abfangen Das ist aber dann keine rote Karte Obwohl ich ja dann frei durch bin Ja, ist natürlich gelb Ja, ist klar Ach, 30 Meter Kriege ich da auch nichts zustande Scheiße hier Wollah, wir machen mal Bleib da Hau noch nicht ab, du Vogel Oh Gott Jetzt muss mal langsam das Türchen kommen Ja, jetzt kann er richtig sein Mei, jetzt geht man echt auch langsam auf den Sack mit seinen Gepfeife Ja, jetzt schauen wir mal kurz auf die Paul-Statistik Ja, das ist lächerlich Nein, da hätte schon alles passen müssen Mei, wie lange brauchst du den anzunehmen? Ich habe den noch schon längst gepasst, gepasst, gepasst Ja, da kann er sich den Ball holen So, ey, komm So, ey, komm Oh, jetzt komm auf, hoch da Oh Gott Das sind Pässe Das sind Pässe Das ist ja Wahnsinn Es ist bald jetzt Nein, ich sag dazu gar nichts mehr Das ist so schlecht Von FIFA Von EA mit den Schiri Dieses Jahr Also jede kleine Kacke Oh, ja, passt doch gleich zum Gegenspieler Man, ey Wow Was sind das für Pässe? Ach, das ist doch leckerlich, ey Er zeigt ein ganzes Spiel nicht nur die zwei Schüsse Und da ist es drin Und bei mir, ne Aber es geht doch gar nichts Die Pässe sind scheiße Vielleicht ist das Momentum mal wieder an Dass ich nicht gewinnen darf Um den Titel zu holen So, jetzt komm, lauf mal bis zu Sandro Mein Gott Komm, jetzt die Flanke rein Genau, da hat er genau Glück, dass ich, na, die Schuster schon mal und er kriegt Ach Gefährliche Flanke Mein Gott Na, ist das Spiel vorbei Ich passe nach oben, du Deuer, voll Depp Lass doch weiterspielen, den Vorteil, du Arsch Mann Ja Ja Ach Gut, Fehler von mir Jetzt hier beim Freistoß Ach, komm, Alter Ach, kommst du deine Chancen, so wie hier Gefühlvoll Schießt er den Ball hier ins Tor Jawohl Mit der Innenseite Ganzem Klasse Ne Oh, Piss, ey, da Frustfoul Ich bin hier wirklich am Limit, was den Einsatz angeht Zu häufig sind sie jenseits des erlaubten unterwegs Und auch in dieser Szene gibt es wieder eine Karte Meine Spieler sind auch viel zu langsam, irgendwie, das verstehe ich nicht Woher rei ich hinterher Ja, komm, wir machen noch das Spiel Ja, Hund Ach Gott Ja Ah, ja, das ist faul, stimmt Ne, Deutsch Ach, das ist faul Ach Mein Pfeifer, einfach ab, du Pfeife Ja, glanzklar, genau Und vor allem Mali Ja, ist klar Ach, komm, Alter Ein zu hohes Ergebnis Pff, ist so lächerlich Komm, noch weiter, heißt Scheiß, Wixal Ja, lass mal ja den Angriff nicht durchgehen Ach, also Schauen wir uns mal die Statistiken an Ja, okay, gut, der hatte schon 15 Schüsse und 10 Schüsse aufs Tor Ja, aber trotzdem Also Ich verstehe das nicht Passt genau, ich werde so schlecht 71 habe ich Letztens der Tore hätte nicht sein müssen So, jetzt haben wir noch ein Spiel Um den Titel zu holen Dann hoffen wir mal, dass wir den holen So Also ich bin damit raus Ich werde jetzt Frust saufen machen Nein, Spahn Äh, wir sehen uns in der nächsten Folge Also bleibt dran Bis dann Euer Steffo Servus